So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Roadshow Legacy. Ich habe irgendwie die letzten Tage voll Bock dieses Spiel aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung warum. Äh, so. Äh, so. Wir haben schon neue Klassen jetzt, scheint mir so. Ich nehme jetzt einfach mal den. So ganz willkürlich. 148 Gold, damit können wir nichts anfangen. Oh, wir leuchten schwarz. Ist ja sehr angenehm. So, Doppelsprung haben wir, Dash haben wir. Gut, dann sollen wir doch eigentlich... Oh. So, you have my Obo, I will let you pass for free, but only for this one time. Okay, wir behalten das Gold. Geile Scheiße, man. Geile Scheiße. Obwohl, 148 Gold. Haben uns jetzt auch nicht so viel gebracht, aber haben oder nicht haben. Stuhl. So, da war noch 10 Gold drin. So, heute nehme ich auch mal mit. Naja, es ist um 6 Uhr früh jetzt. Es ist nicht mitten in der Nacht, aber auch nicht unbedingt. Scheiße. Alter. Alter. Wollt ihr mich verarschen? So. Hey, diege Mann. Äh, kann ich? Ah, okay. Oh, wie geil. Da kann man sich... Lol. Das ist ja mal geil. Das gefällt mir jetzt gerade irgendwie. Das könnte praktisch werden. Woop. So. Wie geil. Okay. Ja. Ding. So. Du machst hier keine Feuerspielchen. Ups. Komm schon voll runter. Ja, oder mal. Geh ja tot. Ist mir egal. Ja. Okay. Wow. Critical. Und HP. Das ist sehr gut. Na. Du bist auch tot. Ja, das läuft ja super gerade irgendwie. Also bis auf das Wipfel. Wieder fast tot sind. Ich will da nicht rein. Wo bin ich da rein? Geht's da raus? Oder geht's unten raus? Scheiße, Mann. Äh. Ja, oder fallen wir halt einfach runter. Ist auch egal. Ja, da wäre ich mal umgeblieben. Hier ist auch scheiße, Mann. Ne. Okay. Jetzt sind wir gestorben. Egal. Bury me with money. Oh Gott. eBay us. Ähm. Ähm. Die Kugel ist scheiße. Das würde ich mal ausprobieren hier. Oder war das das? Das war das doch eben, ne? Ich weiß es gar nicht. 630 Gold. Wir haben 258. Können wir, glaub ich, nichts anfangen. Aha. Oh, ne. Muss man nochmal rein. Ist egal. Ja, das ist das. Das ist irgendwie voll geil. Das kostet wenig Mana. Hmm. Na ja, mal gucken. Düdlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydlydly. Na komm. Gold. wuup ok den haben wir ja dann gehen wir mal hier hoch blübede scheiße ok da ist ne kiste Oh, ein bisschen Gold. Coole Sache. Ups. So. Ah, hier ist schon der Postraum. Da will ich eigentlich nicht rein. Oh, noch eine. Geil, der Scheiße, man. Okay. Ja. Ah. Was ist das? Hölle. Okay. Das lief ja ganz gut eigentlich. Dann könnte ich ja theoretisch jetzt doch zum Boss. Ach ja, komm, wir haben noch ein bisschen HB. Wir gehen zum Boss, Junge. Schau drauf. Auch wenn ich dieses Auge noch nie geschafft habe, weil ich dieses Auge hasse. Es hat eine Träne im Auge. Oh. Das ist traurig. Shit. Ja, das hat ja super funktioniert. Ich hasse dieses Auge, Mann. Ich bin noch nie weitergekommen. Noch nie. Unspaß, Mann. Ich würde gerne mal wissen, was danach passiert, aber... Keine Ahnung. So, wir haben 526 Gold. Damit könnten wir ja... Äh, ich will jetzt mal gucken, ob ich noch ein bisschen was hier kriege. Das ist ja 500. Damage 30 plus 2. Weight plus 20. Äh. Haben wir noch was anderes? Armor. Ist das? Nightlimbs. Ist das auch nicht schlecht. Plus 4 Critical... Mh, mh. Nehmen wir erstmal das. Eine Brustplatte kann erstmal nicht schaden. Da kriegen wir nämlich weniger Schaden. So. Das ist gescheit. 11 Gold haben wir behalten. Ist ja super. Das lohnt sich auf jeden Fall. So. Naja, es hat sich für die neue Klasse auf jeden Fall gelohnt. Die neue Klasse ist eigentlich ganz geil vom Schaden her. So. So. Und hier haben wir wieder Gold. Hup. Ah, cool. Das hat die den Zauber. Oh, ich kann furzen. Coole Sache. Komm, furz. Äh, nicht. Ah, jetzt. So. Wir machen eigentlich auch ganz gut Schaden. So relativ. Mann. So. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. So. Hier geht's. Bada, bada, bada. Oh. Okay. Den haben wir. Wackelt das Bild. Ja. Hat nicht direkt gewackelt, aber hat auf jeden Fall gelebt. Ich bin heute, ich glaube, ich bin heute irgendwie besser. Kann das sein? Also als sonst zumindest. Aber gut, das ist ja auch nicht schwierig. Äh. Oh. Aua. Au. Au. Jetzt habe ich noch das Bild aktiviert. Aua. Ja. So viel. Wie gesagt, wenn ich mich selber lobe, dann verkacke ich auf jeden Fall. So. Critical. Wupp. Wupp. Äh. Was gibt's hier? Nichts eigentlich. Unten kommen wir. Ehehe. So. Dann können wir nach hier oben. Schläge. Schläge. Oder Schläge vor allen Dingen. Oh, ist ja creepy. Ah, der kann ja aber nicht durchschießen. Kann er, nee, kann er nicht. Okay. Dann haben wir den. Das hier auch noch. Alles kaputt. Okay, dann. Ja, das haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Ich hasse diese Knochen, man. Ne. So. 681. 691 Gold. Schon sehr... Komm, man hat... Ne. Na, ich lasse es lieber. Es ist einfach nur so ein random Raum. So, nach da oben geht's. Da oben haben wir noch nicht. Hehehe. Äh, du Troll. Äh. Wie geht's dann? Da oben haben wir auch noch nicht. Uh. Ah, da war nix. Ja, 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 ja. Ja, okay. Das war unser Tod. Scheiße. Hab nicht mal rausgegangen. Egal. Ähm. Tschüssi, Hero. Lady Teresa. The Barbarian Green. Bleh bleh bleh. Mähm. You remember things with extreme clarity. Fire, the dagger. Ja gut, das ist das. A walking tent. Mh. The Barbarian Queen. Ja, das können wir eigentlich mal nehmen. Äh. 691 Gold. Was gibt's da oben? Upgrade Shinobi. Nee, ich glaub, wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen was auf Ausrüstung. Ähm. Nee, wir können jetzt eigentlich ziemlich viel holen. Damage. Oh, eine rote. Ist das jetzt die rote Klinge, oder? Die können wir gar nicht ausrüsten, okay. Oder müssen wir die vorher wegmachen. Achso, das ist so ein Upgrade im Prinzip. Achso, okay. Gut, mit 191 Gold können wir nix machen weiter. Gehen wir wieder rein. Same procedure every day. Mal gucken, was uns heute erwartet. Hup. Also ich finde die Features von der finalen Version jetzt schon mal ganz geil. Wir haben ja schon ein paar jetzt gesehen. Wie zum Beispiel mit diesem einen Keller da, oder mit dem Wald. Aber ich hab gewusst, dass ich nicht springen hätte sollen. Ah. Okay, dann. Will das schon mal? Das haben wir. Also ich find's, wie gesagt, ganz geil. Ich liebe dieses Spiel auch. Ah, ich denke, da wäre noch neu. Ja, hallo. Der Mensch, ne. Das sind noch zwei von dir. Alter, ich will hier raus, Mann. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Lol. Äh. 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 Scheiße. Okay. Pass auf. Das könnte was werden. Ne, doch nicht. Und jetzt muss ich ja noch raus. Scheiße, Mann. Oh, da bin ich ja so gefade. Geht. Ah. Ja, Mann. Das war da oben auch. Da waren die beiden, genau. Die, die, die beiden Scheißdinger. Können wir lang? Unten lang. So. Was gibt's denn da hinten? Eine Kist und in der Mitte ist noch was. Ich hab doch runtergedrückt. Stell dich nichts an, Mann. Ja, nee. Ja, nee. 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 Ja, nee. 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 Ja. Ja, nee. Ja, nee. Ja. Ja, nee. Ah, nee. Warte mal. Äh. Gigantism ist nicht so geil. OCD. Must clear house. Break stuff to restore MP. Ach so, das ist dieses must clear house. Also, er muss das Haus aufräumen. Das ist das, wenn wir Gegenstände kaputt haben, dass wir da Mana-Punkte kriegen. Der hat das hier. Das bringt uns natürlich vom Mana her jetzt nicht so viel. Aber, naja, gut. Ist egal. Scheiß drauf. Was man hat, das hat man Hauptsache Magie. Dann kriegen wir jedes Mal Mana. Ja, oh, das ist halt. Mh. Äh. Oh, wie soll ich hier Räume hier hasse? Oh, da oben ist noch Geld. Äh. Warte, nochmal. Nochmal. Äh. So. Alter, keinen Schaden gekriegt, da wär's der Babo. Oh, oh, ich hab mich selber gelobt. Ja. Da noch geht's. Da noch geht's. Äh. Ja. Da geht's los. So, was ist denn das hier für eine... Rotze. Rotz. Äh. So. Oh ja. Den Puff. Äh. What? Doh. Wie solche Räume hasse, Mann. Kann man denn solche Räume designen? Komm schon. Komm schon. Alter, ich fahr hier nicht runter. Ja, komm. Ich hab dich einfach mal am Schwert berührt, Junge. Guckst du. Wenn ich mein Schwert raushole, ja. Ist aber alles vorbei hier. Oh, diese Viecher, Mann. Seriously. Na, komm her. So. Bild. Mauer kaputt. Ja. Könnt ihr einfach einen Doppelsprung nehmen. Oder einen Dash. Aber nein. Man muss es schwierig machen. So, hier unten ist ein... Wie ist das? Wie ist das? Weißt du, wie ist das? Äh. Verpisst euch. Verpisst euch. Scheiße. Ah. Okay. Pass mal auf. Wir haben noch ein bisschen HP-Becot. Äh. Wir werden zwar trotzdem verkacken. Das weiß ich jetzt schon. Aber. Wir verminen uns trotz... Joa. Nehmen wir hier wenigstens noch das Geld mit. Klingelingeling. Äh. Döp, 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 döp. Döö. Ne. Ne, da gehen wir nicht rein. Wieso denn immer solche Kackräume? Gehen wir hier rein, lassen wir uns töten. Fertig ist. The Gatekeeper, Kitty. So, pass auf. Schieß. So, können wir hier noch ausweichen. Ja. Aber so schnell kann man doch gar nicht reagieren, wie der schießt, man. Das ist doch impossible. Das ist Kimpossible, Alter. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Dann geht es weiter hier mit... Wem geht es denn weiter? Ich glaube, mit Sir Grey geht es denn weiter. Okay, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, tschüss.